Die deutsche Nationalmannschaft hat das letzte Testspiel vor der Heim-EM zwar gegen Griechenland mit 2 zu 1 gewonnen, aber wirklich überzeugend war der Auftritt jetzt nicht im Gegensatz zum Spiel gegen die Ukraine, das man zwar nicht gewinnen konnte, wo aber definitiv die Chancen da waren, dass man es hätte gewinnen müssen. Gegen Griechenland waren eher die Chancen für den Gegner da, um das Spiel zu gewinnen. Das DFB-Team war vor allem in der ersten Halbzeit völlig von der Rolle, in der zweiten Halbzeit konnte man dann eine Steigerung erkennen und all das analysiere ich jetzt mal in dem Video. Zunächst einmal hatte man auch Probleme im Spiel mit Ball, da war es so, dass Griechenland jetzt nicht sonderlich hoch gepresst hat, haben sich in ein 4-4-2 Mittelfeldpressing zurückgezogen, sind dann aber relativ aktiv den Ballführenden angelaufen und so hat sich Deutschland dann echt schwer getan, überhaupt ins letzte Drittel zu kommen. Wir sehen es hier, Toni Kroos hat sich wie gewohnt häufig fallen lassen, meistens halb links, aber in dem Spiel auch öfters mal zentral oder rechts neben die Innenverteidiger und das sah dann meistens einfach so aus, relativ statisch, hat mich auch so ein bisschen an Eintracht Frankfurt unter Topmöller erinnert, macht tatsächlich auch gewissermaßen Sinn, da Topmöller ja lange Co-Trainer unter Nagelsmann war und zwar hat es mich daran erinnert, da man viel harmlosen Ballbesitz hatte, also nicht in gefährlichen Zonen, mit einem kaum besetzten Zentrum, du hattest da mit Andrich nur einen Spieler, sobald groß abgekippt ist, also die zweite Aufbaulinie kaum besetzt und dann mit vielen Spielern in der letzten Linie, die sich zwar relativ frei bewegen konnten und auch immer mal wieder im Zentrum aufgefüllt haben, mal entgegen kamen, aber das war mir insgesamt viel zu statisch und man hat die kaum eingesetzt bekommen. Wenn sie mal an den Ball kamen, also die vier offensiven Spieler, die wir hier auf relativ engem Raum sehen, dann haben sie sich meines Erachtens nach viel zu wenig getraut und da ist dann halt wenig daraus entstanden. Wenn Kimmich die Breite besetzt hat, gab es immer mal so ein bisschen Raum für Rüdiger, um da anzutribbeln, halb rechts und dann hat er auch oft Halbfeldflanken gebracht, weil man ansonsten halt relativ wenig Erfolg hatte, sich vorne durchzuspielen, aber die kamen meistens ungefährlich und das ist halt auch nicht unbedingt die ideale Rolle für Rüdiger. Und was ich an der Stelle auf jeden Fall noch ansprechen muss, ist die katastrophale Restverteidigung, zumindest in dem Spiel. Gegen die Ukraine hat man es ja oft ja noch gut hinbekommen, durch ein gutes Gegenpressing bei Ballverlust und da stand man ja genauso hoch. Da hat man auch schon in den Ansätzen gesehen, dass man da auf jeden Fall anfällig ist und hier wurde es halt extrem ausgenutzt von den Griechen, zumindest da sie zu Abschlüssen kamen. Ein Tor haben sie ja nur einmal erzielt, aber hier zum Beispiel haben sie einen Durchbruch, eine 2 gegen 1 Situation, spielen es dann schlecht aus, aber gegen andere Gegner, da wird das einfach bestraft, wenn man in solche Konter reinläuft, weil man vorne den Ball einfach verliert und dann halt eben keine gute Restverteidigung hat, also nicht genug Spieler hinter dem Ball, die dann eben verteidigen. Hier sehen wir das Problem mit Ball ganz gut, da war es so, dass Groß wieder abgekippt ist, du hattest dann nur Andrich im Zentrum und sobald der den Ball erhalten hat, war er halt direkt unter Druck gesetzt, weil die Griechen es extrem gut gemacht haben und die vorderen Spieler waren dann einfach zu weit weg und Andrich ist halt nicht unbedingt der spielstärkste Spieler. Ja, er hat Fortschritte gemacht und macht es auch bei Leverkusen gut, aber vor allem, wenn er einen Granit Xhaka oder wer sein Doppel-Sex-Partner ist, direkt neben sich hat, wenn Groß da ein bisschen außerhalb ist, dann hat er da allein auf jeden Fall seine Probleme und spielt nicht unbedingt die besten Pässe, sobald er unter Druck gesetzt wird. Da war zum Beispiel ein Pascal Groß, der später reinkam, deutlich besser, da verlierst du dann natürlich ein bisschen die Füße gegen den Ball, aber dafür bist du im Spiel mit Ball auf jeden Fall besser, sowohl Pressing-resistenter, aber auch kreativer, was die Chancenkreation angeht. Traumtore schießen aus der Distanz können aber beide. Auch hier war eine Situation, da hat man es mal gut aufgelöst, Wirz kam eben entgegen, hat im Zentrum aufgefüllt, lässt rausklatschen auf Rüdiger und dann müsste er halt direkt das Spiel rausverlagern auf Kimmich, damit man die Dynamik mitnehmen kann. Er braucht aber zwei Kontakte und das ging dann halt einfach zu langsam, sodass die Griechen sich wieder gut hinter dem Ball ordnen konnten und das ist mir halt vor allem in der ersten Halbzeit aufgefallen, da hat man viel zu lange gebraucht, mit Ball am Fuß war da technisch unsauber und so war es dann eben schwierig, die Griechen auch mal mit Dynamik zu bespielen und meistens waren sie dann eben geordnet und es war schwierig für die Deutschen sie aufzubrechen, weil man halt aus dem geordneten Positionsspiel kaum Lösungen fand. Die einzige Szene, in der es mal gut geklappt hat und in der man es mal gut aufgelöst hat, war eben das hier, das Abseits-Tor von Havertz. Da gibt es mal eine gute Klatschkombination, Mittelstädt spielt endlich mal vorne ins Zentrum, Havertz lässt klatschen auf Gündogan, der findet dann Musiala und schon hat man mal ein bisschen Dynamik reingebracht und Unordnung bei Griechenland. Der bedient dann leider Havertz links im Abseits und nicht Kimmich rechts, der wahrscheinlich nicht im Abseits gewesen wäre, aber das war wenigstens mal ein bisschen etwas Positives in der ersten Halbzeit, wenn gleich dann wieder was Negatives folgt, Eckball und da ist einfach ein Spieler so frei im Rückraum, ich weiß nicht wie das passieren kann, aber die erste Halbzeit war wirklich sehr schlecht. Zur Halbzeit gab es dann dementsprechende Wechsel, die aber schon vor dem Spiel genauso geplant waren. Die Abstände zwischen Andrich und den vorderen Spielern waren dann nicht mehr ganz so groß und so kam man dann besser in die gefährlichen Räume. Hier ist es Andrich, der da mal einen guten Pass spielt. Vorne rein, Gündogan leitet weiter, steckt direkt durch auf Sané, der spielt dann ins Zentrum auf Havertz, der dann das 1 zu 1 erzielt und das war wirklich mal ein schön herausgespielter Treffer. Hat mich auch echt gefreut, dass es jetzt nicht irgendwie so ein Kacktor ist, sondern wirklich nach einem klaren Muster herausgespielt, weil das ist auf jeden Fall etwas Positives, das wir so auch für das Turnier mitnehmen können. Später gab es dann noch weitere Wechsel, wie gesagt, war dann Pascal Groß zentral in der Rolle, die Andrich zuvor gespielt hatte und hat mir da deutlich besser gefallen. Und hinten kam Schlotterbeck für Rüdiger. Natürlich ist Thar dann auf die rechte Seite der Innenverteidigung gegangen, da Schlotterbeck linksfuß ist. Allerdings hat mir die Positionierung im Ballbesitz dann nicht mehr ganz so gut gefallen, weil dann eben Thar der halbrechte Spieler war, Groß der halblinke meistens und Schlotterbeck dann im Zentrum. Der kann das durchaus spielen im Zentrum, aber seine größte Stärke ist natürlich vor allem halb links anzutribbeln und da progressive Pässe zu spielen, auch mit besseren Passwinkeln. Und da kommt ihm ein Toni Groß natürlich des Öfteren in die Quere, wenn der die Position besetzt, mit weniger Dynamik, wie es Schlotterbeck machen würde. Das harmoniert halt nicht perfekt. Da hätte ich mir eher gewünscht, dass Groß sich öfters mal rechts fallen lässt, einfach weil Thar jetzt auch nicht unbedingt prädestiniert ist für diese Rolle, da wirklich mit anzuschieben. Klar, er kann es, aber wenn man diese Rolle auf Schlotterbeck übertragen könnte, wäre das wirklich mehr von Vorteil, weil das seine große Stärke ist und es gab da auf jeden Fall auch den Raum, weil die Griechen dann ja auch langsam müde wurden. Aber da war ihm Groß halt häufig im Weg, sodass er da nicht wirklich mit anschieben konnte. War jetzt natürlich auch nur für die Endphase des Spiels so. Ich glaube auch, gesetzt ist trotzdem Rüdiger mit Thar. Aber ich würde mir da auf jeden Fall eine Anpassung wünschen, wenn Schlotterbeck dann doch mal zum Einsatz kommen sollte. Ist ja generell die Frage, wie wird jetzt Nagelsmann zum Auftaktspiel aufstellen? Ich glaube, er wird einfach das Ganze so belassen, wie es jetzt war, auch wenn es nicht ganz so überzeugend war in der ersten Halbzeit. Bin aber auf jeden Fall gespannt, wie es dann letztendlich aussieht. Zur zweiten Halbzeit muss man sagen, man hat auf jeden Fall eine Besserung im Ballbesitz gesehen. Die Idee war wieder klar zu erkennen, war noch nicht hundertprozentig überzeugend, aber die Moral hat gegen Ende des Spiels auf jeden Fall gestimmt. Man hat es noch gedreht, hatte hinterher auch deutlich mehr Chancen. Und viel mehr gibt es erstmal nicht zu sagen zu dem Spiel. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt. Meine EM-Prognose wird auf jeden Fall auch noch vor dem Turnierstart kommen. Also lasst auf jeden Fall ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Gerne auch ein Like, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne auch eure Meinung zum Spiel in die Kommentare oder was ihr denkt, wie Deutschland im Auftaktspiel spielen wird. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao! ? ? ? ?